ja hallo ich herzlich willkommen zurück zu green project ich habe jetzt nicht so einen ganzen tag gespielt aber so einen halben und jetzt reicht sich auch schon so ein klein wenig dass ich diesen chemischen segen genommen habe jetzt bin ich nämlich um 16 uhr quasi ko ich würde sagen wir pfeifen uns einfach noch einen rein so sachen können wir dann nämlich vernichten wir sie nicht mehr brauchen oder was wir davon nicht mehr brauchen weil bei dem ersten hier ist quasi auch nur noch ein bisschen flüssigkeit überhaupt ein bisschen entgiftung das gleiche ist hier jetzt auf jeden fall auch lust auch noch ein bisschen nahrung und ein bisschen wachsamkeit oder wie auch immer man das nennt also der sicher ja doch das funktioniert schon aber ob das die beste dauerlösung ist weiß ich nicht vor allen dingen müsste ich dafür auf dauer wirklich viel kaffee anbauen also schauen wir mal was ich aber auf jeden fall jetzt bauen möchte ist ein möbelstück und zwar ein hat er schon mal gesagt doch glaube ich ein mülleimer dafür brauchen wir diese sachen hier wo wir uns hier mal schnell raus dass das und gitter waren es glaube ich das raum ist und das wieder rein bevor wir den jetzt herstellen also ich habe hier so ein schwung bretter gesägt wie ich schon gesagt hatte da können wir dann also auch ein paar schöne sachen wieder mitbauen jetzt machen wir erst mal den mülleimer dass wir nämlich ein paar sachen mal hier entsorgen können die da gehen pilze sind verschwunden hatte ich doch hier abgelegt das hand dann geht das auf jeden fall auch so den mülleimer glaube ich platziere den da das ist dann nämlich immer gut irgendwie griff weiter und ich denke ja genau so funktioniert das einfach die sachen da reinwerfen und gut ist und koste mal wieder ein bisschen was ja 21 stück das ist ja schon mal etwas mit dem wir arbeiten können ok wir könnten jetzt auch hier die büsche noch mal wieder neu pflanzen aber ich würde lieber wir haben ja hier noch 15 reichen die erst noch mal ein pflanzen und zwar hier hier die komischen dieser bleibste hier kommen wir mal weg den organischen abfall sammle ich ein denn das lass ich lieben hier und ist ich will hier einfach nur jetzt mal so ein bisschen was noch in die nähe pflanzen nur drei stück haben wir noch und der letzte muss hier ein bisschen aufpassen weil das ist sehr trügerisch sowie hier der kann immer noch mal ein bisschen was von dem hat ja wie heißt das offiziell toxische blasen davon können immer noch hier und da welche seien auf 97 käfer ich glaube das ist vielleicht auch ein problem davon wie ich diese pflanze und die idee kommt mir gerade weil ich eigentlich immer räume quasi nah nebeneinander pflanze und das wäre wahrscheinlich wenn man da ein bisschen mehr abwechslung reinbringt so so schon wieder so ich habe auch hier noch überall was gepflanzt ich weiß gar nicht ob das innerhalb der aufnahme oder außerhalb war hier haben wir viele kann mir vorstellen dass das tatsächlich das problem ist machen wir da mal ein ahorn hin hier noch ein ahorn müsste mir vielleicht mal von allen samen so einen kleinen vorrat anlegen um das dann mehr durcheinander zu bauen aber hier haben wir im vergleich eigentlich deutlich weniger deutlich weniger käfer könnte wirklich so sein das war ein ahorn ja schade dass ich die ganzen eichen gerade aber schon wieder gepflanzt haben umso mehr ich darüber nachdenke umso logischer wird das für mich ach so übrigens das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt ich habe es schon gesehen wir noch nicht unser mutant ist schon schlüpft ein bisschen merkwürdig aus und auch auf den ersten blick ungefähr der ja doch schon zweimal der futter aufgefuttert und schauen ob wir da noch einen zweiten von ran schaffen und wir haben hier zwei kleine meine links bekommen könnten wir ja theoretisch wenn wir noch mal hätten könnten wir noch eins kreuzen ach da liegt sogar eins totes huhn irgendwo und meistens fertig wir haben glaube ich keinen maissamen mehr das sollten wir aber mal dringend ändern so wir haben ein ein haben ein schwein und mutagene pilz oder was war das noch eine ratte und ein ei oh es ist wieder dunkel noch nicht ganz die zeit zum schlafen gekommen schauen wir mal was mit denen passieren wenn wir hier mal erst die kleinen stacks dann hier mit dem rest fertig zu werden die nehmen wir lieber jetzt nicht dann bin ich ja noch wacher wir haben maissamen die können wir mal eben schnell ausbringen okay 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 wo jetzt gerade nacht ist nutzen wir die nacht doch wir haben noch da die leuchtkäfer im baum nämlich jetzt mal ein zwei drei lampen ich glaube unter möbeln ja leuchtkärferlampe zehn nägel nägel ist wahrscheinlich das was uns am schnellsten fehlen wird was kosten läger das ist ja pille paar so eine kiste nägel holzscheite und rechtkäfer nehmen wir mal eine perfekt und dahin weiter das ist doch schon mal sicherlich für euch auch viel angenehmer das sind auch noch nicht die letzten lampen die wir gebaut haben kann ihr euch schon mal sagen was machen wir mal mit dem letzten schwein kreuzen wir das auch schon mit irgendwas das ist aber brutal gutes schwein daraus können wir jetzt machen rohen schinken mit dem messer also jetzt habe ich mal eben gucken und unserem tonnel und unserer tonke hier kann einpa gebratenes hühnchen machen aber es gibt doch doch koch schenken okay aber aber war hat genau da gab es doch auch irgendwas oder salz nach schicken in dosen als beutel wasser packen wir das da mal rein wir packen wasser da rein brauchen wir noch einen zweiten topf und gab es denn noch mal die salzbeutel war das hier oder war das auch an der küche als beutel aber beutel salz wir haben fünf stück wir brauchen rechtens glaube ich einen durchgang allerdings sollten wir jetzt vielleicht noch mal eben ein bisschen schlafen nachdem wir was gestern und getrunken haben das rechte als beutel stellen wir den ersten schon mal an den liegen und schlafen das kommt ja jetzt ungefähr hin dass wir einen halbwegs normalen tagesrhythmus wieder kriegen und dann können wir direkt den nächsten mal schauen wir haben wir jetzt einmal gesalzener schicken in dosen plus 200 oh mein gott und ewig halbwegs ja ne damit können wir arbeiten das ist sogar hätte ich auch schon vorher stacken können ich hatte übrigens außerhalb der aufnahme diesen einen einzelnen dem ich von dem vogel bekommen habe da unten eingepflanzt als auch w w na Perfekt, alle geschaffen. Dann machen wir nochmal eben alles ein hier. Jetzt kommen wir eigentlich auch schon in die Regionen, wo wir daraus wirklich einen Zaun bauen könnten. Den wir dann auch nutzen. Hier schnüppeln wir nochmal alles weg. Hier schnüppeln wir nochmal. das müssen wir jetzt wieder so im kreis machen wenn nicht dass wir uns selber einsperren wobei das eigentlich jetzt ja schon nicht mehr passieren kann weil wir die inneren schon 16 übrig wir könnten mir schon den ersten zaun anlegen wo wollen wir das denn wohl machen nicht nur ein schwein das hungert kein schweinefutter okay die haben doch alle was okay aber was ich gerade sehe ist zwei kleine schweine haben wie können wir jetzt opfern wir können uns daraus noch was zu essen machen aber so oder so wo ist der hammer geblieben wahrscheinlich blind da ist er nicht weil ich den hier links nicht da kommen wir noch mal ein wo wir die sachen zurücklegen die beutel lassen wir mal das schleifen messer wenn ich das schleifen was er das jagdmesser schleifen wir einmal dann kommt die axt wird nicht geschliffen sondern die wird verbessert indem wir wir haben gar nicht mehr genug wir müssen noch mal schnell hier ein bisschen Eisen durchrütteln lassen wir müssen mehr haben wir nicht aber ich würde mal die Sachen hier erstmal reinlegen die können wir dann ja noch wieder rausnehmen wenn wir sie brauchen was ist mit denen die werden sowieso nicht schlecht Böwenzahn nicht das Gras nicht aber wir haben da so viel von ich glaube wir können ja mal kurz schauen weil das was einen neuen Stack ergibt das hauen wir an so mehr als 50 Löwenzahn werden wir glaube ich nicht brauchen mehr als ein Stack frisches Gras auch nicht das hat man ja ruckzuck wieder zusammen mehr als ein Stack Kamille auch nicht wenn ich das richtig sehe ist das jetzt alles gewesen das geht nicht okay ach so ich weiß auch warum das nicht geht weil wir trockenes Gras nämlich auch hier benutzen können so zweimal gesalzener Schinken in Dosen wir haben jetzt noch ein Schwein übrig müssen es nicht zwei sein müssen ach so eins liegt hier schon drin bildet nur der Hammer dann brauchen wir das Messer nochmal ich habe mich nämlich für die Kochvariante entschieden acht Stück müsste sich eigentlich genau ausgehen also mit Verstrahlung dürften wir eigentlich nie wieder ein Problem kriegen Ruhstoffe wir brauchen noch ein paar Eisenbarren dafür Hammer und Eisen da müssten wir es jetzt eigentlich haben was wir brauchen so und der Ton fehlt uns auch einer shit hätte ich auch dem besser durchrütteln können so 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 sichern nur eigentlich gleich reparieren kann wo kann man noch mal ein bisschen weg sichern das vielleicht einfach helfen würde wenn ich ein paar andere bäume dazwischen pflanze dann würde ich ja auch anderen da würden ja auch andere sachen wachsen das ist auch wieder nicht oder nicht wir lassen es einfach mal ich denke mir immer wir müssen doch auch mal wieder tote hünder rumliegen wo sind die denn alle drauf gestürmt irgendwas scheinen die da zu essen oder sah mir aus wie altes gras aber wäre ja ein bisschen mysteriös beutel mais ach jetzt habe ich es weggetan wir haben ja noch noch mal das alles raus eisenbarren eisen und die axt 30 minuten später alles ist fertig und jetzt haben wir noch wirklich unsere vier damenwerkzeuge sicher spitzhacke axt und hacke alles auf v3 ich bin begeistert trotzdem lassen wir davon noch mal was durchjagen ein und verteilen wir rattenfutter nah so Oh, dachte ich habe ja auch noch was gewesen, mein Gott. Tomaten waren es also. Ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, was das wohl ist, was da wächst. Das weiß ich. Nur Tomaten haben wir eigentlich ja schon neue angepflanzt. Warum ist alles noch frei? Ach, ich habe auch schon wieder vergessen. Wie heißt es doch gleich? Mais durchrütteln zu lassen. Was haben wir denn noch wenig? Eigentlich haben wir von allem genug. Wir könnten Wohnen und Steckrüben, aber... Stunden später... Oh, die Tomaten werden schlecht. Da haben wir auch nicht das erste Mal Probleme damit, ne? Muss ich sagen... Kann ich Tomatensamen für Mutantenfutter? Mutantessen heißt das, ne? Ja. Essbare Pilze, mutagene Pilze... Ja, das werden wir auch machen müssen. Ja, das werden wir auch machen müssen. Das ist gerade am futtern. Nummer zwei schon geschlüpft. Oh ja, tatsächlich, unsere sind auch schon hungrig. Aber da ist ja wohl was. Ist ja gleich satt, oder? Ja. Oh Mensch. Pass nicht durch die Tür. Wir brauchen größere Türen. Äh. Äh. So. Das verteilen wir jetzt nochmal eben. Und dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Was heißt schon? Das sind schon wieder 36 Minuten. Oh je. Äh. Ja. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ähm. Hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Und ja. Das Warten auf die Katze geht weiter. Also macht's gut. Bis bald. Euer Grillo. Toh. Du.